moin moin mein lieben leute und willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge Hogwarts auf dem weg zu 100% heute werden wir uns um die duellierleistung beziehungsweise herausforderung kümmern das ist auch das einzige was mir im kampf noch fehlt wenn ich mich auf die herausforderungs anzeige gucke dann sehe ich 100% aufträge aber uns fehlt uns das hier auf jeden fall noch klar erkundung und so finden auch raum der wünsche werden wir auch noch mal irgendwie machen aber erstmals der kampf wichtig und wenn ich runter gehe fehlt mir halt hier von noch 10 von 32 haben wir das kommt dann noch mal eine höhere also das ist das wir heute machen entschuldigung wir werden uns viele im gegner aussuchen beziehungsweise gegner finden oder wo leute sind zumindest und dann kriegen wir immer welche herausforderung da und die machen wir dann sollte möglich sein und auch nicht schwierig oder nö kurz auf die karte gucken so wenn wir das machen dann können wir gleichzeitig ist ja auch in die gegende machen wo wir wissen dass welche sind zum beispiel hier ist ein bisschen groß banditenlager da kann man hin eiern und schauen ob uns das was bringt wenn wir denn da sind ach dann landen wir hier drin naja das ist ja dumm kann ich hier rausfliegen gleich meine tasche hat ein loch na gut machen wir es hier drin ist da jemand oh oh alter spreng an ein zauberwerk mit ok müssen wir gucken auch kommst du nicht davon in zentrum du hältst dich für klug was komm warte ah Ah. Okay, ihr müsst einfach stattmachen hier. Okay. Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wie dumm. Ich wollte gerade noch, ähm, ich wollte gerade noch, ähm, Protego machen. Dann habe ich es natürlich nicht gemacht. So, aber das hätte ich beinahe geschafft. Nochmal. Hallo. Da ist jemand. Protego, du bist nicht so genug da, oder? Render. Protego. Du kannst es nicht aufhalten. Nimm nur los. Du kämpfst wie ein Knudelmoor. Hör mal. Ich werde nicht los. Bombarder. Okay, das war's. So, jetzt auch noch einer. Incentive. Gefüllt. Au. Au. Nächster. Nächster. Protego. Du, vorerst. Ich werde deinen Ton rächen. Du. Du. Verlössst du. Komm her. Da, haben wir ihn erwischt. Genau das, was wir wollten. Gut. Passieren ist er, ist kaputt. Warte mal kurz. Können wir nochmal hier. Repare. Also ich kann es einfach nur wieder reparieren. Ist ja auch schwachsinnig. So, lassen wir kurz runter. Können wir noch ein paar Gegner finden. Können wir vielleicht noch ein paar Sachen machen hier. Über den beiden zum Beispiel. Schleudere einen entsprechenden Kommandanten. Der Anhänger zu Boden. Wie unverschämt. Halt. Oh Gott. Zu Boden. Ist ja das Ding, ne? Einer. Defendung. Protego. Du. Oh. Das war's nicht. Schade. Brenn seine. Protego. Oh na. Descendo. Oh nein. Ein Springer im Kommandanten, aber das ist ein Krieger hier, okay. Ich habe jetzt keinen Kommandanten entdeckt hier. Hier geht es auch nur runter, ne? Ne, da ist ein Gegner drin. Gucken wir was da unten für eine ist, vielleicht können wir ja nochmal was Gutes bekommen. Kommandant, wer hat ein Trolli Gönselt besiegt an den Gegner Petri Vigotales? Mein Schwert hab ich noch nie gesehen! Hier sind relativ viele Gegner anscheinend. Ich sehe gar keine hier, aber anscheinend sind hier viele. Lass mal versuchen die vier da zu bekommen, Duell-Leistungen. Der darf ich natürlich nicht sehen. Hier hat ein Troll die Keule ins Gesicht, das kann man auch irgendwie. Wenn der aus dem Arm rausbekommt, dann wird das klappen, sonst nicht. Da oben sind welche. Aber bevor wir den Troll angehen, lass uns mal die Leute hier kalt machen. dann kommen wir ins Gesicht. Betriticus Tothalus! Ich bin nicht hoch. So. Okay, einer fehlt uns noch. Wo wollen die anderen denn da hinten irgendwo? Da ist auch einer. Okay, dann machen wir mit Ruhe. Achso, das waren voll meine Ausrüstungssachen. Na ja, sind auch keine geilen Sachen da, also kann es mir egal sein. Kann ich hier hinten hinkommen zu denen? Ne, auch nicht. Ach, ist ja blöd. Warte mal, kann man hier rüberhüpfen? Auch nicht. Das ist ja bescheuert. Na gut, müssen wir auch an den Weg gehen. Irgendwie müssen wir die ja bekommen. Spreng ein rotes Fass mit Bombarder, das kriege ich auch noch hin. Da ist ein Troll. Okay, den machen wir jetzt nicht platt, den Troll, das wird ein bisschen hart. Oh Gott. Aber ihn da kriegen wir doch. So ist ein rotes Fass hier. Ich sehe kein rotes Fass leider. Ja. Oder seht ihr ein rotes Fass hier irgendwo rum? Liegen? Nicht gerade, nicht? Hm, wie was unter ist? Da hinten ist eins, ich sehe es. Okay. Was kriegen wir hin? Was? Bambara. Ich sehe die Weckle. Ich sehe die Weckle. Oh, hab ich nicht gesehen. Er war dumm von mir. Ich kann die Arme. Bombard. Der Schürrleiter hat uns beigelassen. Wir haben einen Schürrleiter. Wir haben einen Schürrleiter. Bombard. Wäcknen! Wäcknen. Der Schürrleiter hat uns beigelassen. Der Scherzländer hat uns beigelassen. Der Schürrleiter hat uns beigelassen. Er ist nicht beigelassen. Der Schäuer und Eich bewältigere. Der Schürrleiter hat uns beigelassen. Oh. Oh. Die Kanbanen. Verteilen! Stürzen. Ein camping. Ja. Oh. Was? Die Keule weg jetzt hier? Wie kriege ich denn die Keule von dem weg? Ach! Protego! Stupro! Bombard! Protego! Stupro! Expelliarm! Stupro! Okay, das hat's jetzt nicht so gebracht, Ringe, ne? Okay, ähm... Ah, wir haben ihn nicht hingekriegt. Wer hat einen Troll die Keule ins Gesicht? Ja, weiß ich nicht, wie das geht. Wahrscheinlich kann ich das nicht. Egal. Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Hier drinnen in diesem... in diesem kleinen Chalet. Ah... Gut. Dann müssen wir in ein anderes Lager gehen. Was finden hier... Ist hier noch ein Lager drin? Vanditenschloss? Nehmen wir das. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch ein paar von den Duell-Leistungen schaffen. Sieht nach Ärger aus. Oh, ja. Das ganze Schloss hier müssen wir machen. Okay. Aber da können wir vielleicht viele schaffen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich darf hier nicht fliegen. Okay. Werft ein Objekt mit dem Pulse auf einen Gegner? Die Pulse... ... 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 Ich habe ihn doch in seine menschliche Gestalt gezwungen. Der muss mal hier hochkommen. Da ist er. ... ... ... Ach, Mann, das bringt nichts. Guck mal, ob wir noch einen finden hier, oder was? Gibt's ja keine mehr von dem. Nur einen Fieri. Constringo. Erscheljant. Pongada. Die Kiste holen hier drin, ne? Die soll man nicht vergessen. So. Ah, hier ist ja kein Animagus mehr, oder bin ich jetzt verkehrt. Da oben noch einer? Nein. Wenn der Vogel ruft, ist das für mich kein gutes Zeichen. Mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat. Okay, das können wir hinkriegen da. Triff an einem weitläufigen Stupor. Spoteco. Stupor. Nichts als reines. Die Bombarder. Soll ich befolgen. Die Sendung. Gut. Und da bricht ein angreifender Straßgebiet die Pulse. Kommt auch hin. Na, komm her. Oh, das war der Falsche. Das war der Falsche. Mist. Das ist wieder Falsche. Ich muss einen töten. So, jetzt. War der beide erwischt? Nein. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst gerade. Amit war bestimmt schon mal hier. Haben wir den nicht schon gemacht hier? Garantiert. Ja, haben wir schon gemacht. So. Ähm. Warten ist noch eine Pruhe, sehe ich gerade. Was heißt das? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach so. Oh, es sind solche Truhen. Okay. Hm. Keine Ahnung. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja unsere Duel-Leistung machen. So, jetzt hab ich geguckt. Ich guck mal, ob hier noch ein paar von den Sachen hier rumliegen. Also wenn man... Das kann man immer gut mit Lagern verbinden, finde ich. Dann hat man das durch mit dem ganzen Lagerkram. Da sind noch zwei Lager. Guck mal. Haben wir den mit? Zwei Lager, da können wir noch zwei, drei Sachen machen. Und dann schauen wir mal. Na, perfekt. Ich will direkt hier in der Mitte landen und euch freuen, dass ihr da sind. Ups. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Du bist so! Die Tendel! Du bist so! Du bist so! Ich fahre! Ja, haben wir nicht jetzt geschafft, wir es wollten. Dann ist allein Renrock schuld. Okay. Hat mich so gut gelöst von mir, gebe ich zu. Ah, wir haben aber noch ein Lager da. Unsere Bohre zerstört. Ach, weißt du, Moment. Was war eine bedauerliche Kompader. Gab es ja nur eine Sache, die ich machen konnte. Also... Okay. Jemals können wir die ganzen Dinger noch einsammeln, ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß, ob die nicht auch irgendwas haben, was wichtig für uns ist. Hier ist noch ein Lager. Hier ist noch ein Flugpunkt, perfekt. Nicht so weit laufen, beziehungsweise nicht so weit fliegen. Direkt um die Ecke. Perfekt. 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 Überleg mich mal so. Du wirst mir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Mit Waffen an Gegner kriegen wir hin. Ich bin. Du sollst doch, du hast Hallo nach Azkaban gelegen. Ach. Das wärst du ein. Ach. Ach hier. Ach. 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 tja das ist nicht so schwierig so fünf stück noch die kriegen wir noch mal zum lager fliegen hier ich dachte das wären alle gewesen okay waren die nicht scheiße das ist ja blöd der anderen nicht mehr gesehen ist ja Ah, hier bringt es gar nichts, gerade wenn wir wegfliegen, kann ich nichts mehr machen, aber kurz aus dem Reichweite sein, damit wir da was Neues machen können. Ah, jetzt mal zurück. Hier ist ja kein Attentäter, jetzt hab ich's gemacht. So, dann gucken wir noch auf die Karte. Das war ein Lager, mehr Lager sehe ich hier aber nicht. Hier auch nicht. Da ist noch das, letztes Lager. Schnappen wir uns auch noch. Uh, das ist ein lange, 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 langes Ding heute, ne? Aber die 32 müssen wir noch vorher machen. Mysteriös und beunruhigend. Hallo meine Freunde. Kommt jetzt. Nicht leise genug. Hä? Protego, zuvor. Du bist zum Stern? Bombard. Ich werde dich gut unternehmen. Bevor ich mich. Arresto, Moment. Komm, krieg ich hier keine... Androcks Anhänger sind dagegen, nicht zu leiden. Willkommst du nicht davon. Schade, dass ich könnte hier mehr reißen. Also, zumindest dass irgendwas entdeckt wird hier, ne? Aber gar nichts. Ist ja schade. Warte mal, hier ist irgendwo eine Truhe? Wo ist die da hin? Wo ist die da hin? Wo ist die da drinne? Wo ist die da drinne? Jetzt gucken wir wahrscheinlich da drinne, ne? Da ist sie. Hm, trotzdem komisch, dass ich hier jetzt gar keine... Jetzt gar nichts bekommen habe, naja. Ah, hier sind noch zwei Lager. Oh, drei Lager, vier Lager, fünf. Ne, zwei Lager. Okay, noch einmal. So, wir haben auch gleich eine Stunde voll hier. Das kann ja gar nicht mehr sein. Man muss ja langsam auch mal was finden. Gibt's doch gar nicht. Huch. Was denkst du was? Dann wird mal eine wildere Henker währenddessen. Dachtest wohl, du könntest dich von mir verstecken? Komm, bringo! Das wirst du nicht überleben. Verzehnte, jawolle. Wo sind dein Zutau? Dachtest du ja? Du hab... Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierriesen gemacht habt. Gut. Nächstes. Fly me to the moon. Das Glück hatte ich wohl verlassen. Na, wie zeigt er das? Constringo. Expelliarm. Regniose. Reculto. Dizendo. Zwinge einmal zurück in die menschliche Gestalt. Wie soll man das denn machen? Ist doch mal der menschliche Gestalt. Arreste ich nicht. Versteh ich nicht. Der ist doch zurück in seine menschliche Gestalt, oder? Weil hab ich das falsch verstanden. Wie kann man den denn zwingen dazu? Hm. Werd ich wohl nicht mehr rausfinden. Ja, gleich stirbt der Affe. Ist ja blöd. So, nochmal runde zoomen hier. Das haben wir. Hier gibt's auch noch was. Oh, hier gibt's auch noch ein Lager. Tatsächlich. Aber trotzdem blöd. Ich versteh das nicht ganz. Also, ähm... Versteh's wirklich nicht ganz. Warum? Kann ich? Versteh ich nicht. Versteht wahrscheinlich kein Mensch auf der ganzen Welt. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen. Nee, warum ist da nicht? So ne Weichflöte hier. Immer ängstlich. Toller Quatsch. Boah, da kann ich sein. Jetzt kannst du dich nirgends mehr verstecken. Muss Redukto auch mal irgendwann bekommen. Oh, warte mal. Ich muss hier wegfliegen. Ich sehe nicht nach, ob sie tot sind. Ihr Schicksal ist nicht in meinen Händen. Man muss einmal weg da, Duell-Leistung. Ja, so. Jetzt mal zurück. Weil ich weiß, den Redukto hab ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich den herbekomme. Wieso hab ich den Zauberspruch eigentlich nicht? Nicht voll gemein. Das ist Redukto. Ich muss Redukto haben. Ich muss Redukto haben. Ja gar nicht. Das ist Redukto, ne? Ne, explay mir aus. Explayamos. Inzio. Descendo. Confringo. Defendo. Explayamos. Bombada. Incendio. Verschwörungszauber sind das alles. Ich hab den nicht. Wieso hab ich den denn nicht? Ich kann ja auch nichts machen hier. Du sollst. Hast du? Wunder. Hat das weh getan? Oh. 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 Ja, erzähl dir mal gut. Wir sind auch keine Freunde mehr, du Affe. Blödsinn. Was erzählt der denn da? Muss ich dir selbst den erzählen? Ja, kann er ja nicht. Geil. Ich muss jetzt irgendwie andere Sachen hier bekommen. Ich kann das gar nicht mehr alles, was die da sagen. Ist ein bisschen blöd. Ich hab... Das ist bald... Okay, den Kappabschied ohne... Das ist nicht das Problem? Was krieg ich hin? Da muss die Henke aber auch irgendwie los. Warten Bilder hin. Die Pulsor. Die Sendung. Selly. Was? Con Pringo. Was? Abald dich ab. Einen muss ich ja loswerden von dem. Con Pringo. So gebe ich nicht auf. Die Pulsor. Der Trombader. Ein Schilder. Aufstieben. Ja. Con Pringo. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Was soll ich machen? Entbassnen, okay. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Die Pulsor. Das war nicht das Richtige? Die Pulsor. Die Pulsor. Bewegt er sich wieder nicht. Hol den Scheiß. Hol den Scheiß. Ähm. Genau. So. Da. Die Schnatzer sind zurück. Bist du stolzer da? Station am Morgen. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Hab ich alles nicht benutzt. Aber gut. Was holen wir sonst noch das Ding hier? So. Da. Gut. Mal kurz reingucken. Gab es hier noch mehr irgendwie? Auf jeden Fall noch ein paar Lagern. Hier ist noch ein Lager. Das holen wir uns auch direkt. Was ist diese Duelleistung? Also uns fehlen noch welche, ne? Wie viele fehlen uns jetzt noch? Drei? Zwei? Ich weiß das nicht. Mal kurz gucken. Warte mal. Also wie viele von denen fehlen uns jetzt noch? Kampf. Uns fehlen hier noch? Zwei. Okay. Zwei müssen wir noch hinkriegen. Und das wäre jetzt mal für heute durch. Mal schauen, was deine Leiche in den Tag hat. Oh ho ho ho. Hallo hat niemandem was getan, der es nicht verdient hat. Exeliam. Was fällt dir? Akio. Oh ho lang. Ach au lang. Ach. Krotino. Du doch. Jek. Erlich? Komm Pringo! Komm Pringo. Ist die trolle Käms. Exeliam. Demons Schraubringen. Komm Pringo. Das war noch nicht alle. Hab auf den Blick auf. Komm Pringo. Pfingo! Ach du's mehr! So eine Duellleistung noch, die holen uns jetzt hier drüben im Lager, hundertprozentig. So, da ist der Blitzmacher da oben. Was hältst du denn von? Gut. Schade, dass das niemand gesehen hat. No, ist egal. Wir wissen es ja, was wir gut gemacht haben. Schließt Duelles. Ah, guck mal, haben wir geschafft. Jetzt muss ich mal gucken, was es da gibt, was wir jetzt da machen müssen als nächstes. 95% fehlen uns noch, das heißt hier unten, das machen wir ein und jetzt 42 Stück nochmal. Okay. Gut. Aber die machen wir nicht mehr heute, das war einfach zu lange. Die müssen wir aber auch beim nächsten Mal verschieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss. 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 Tschüss.